Achso. Da springen wir mal runter. So, ich müsste theoretisch da oben drauf. Ähm. Es gibt aber gar nichts. Was hat das eigentlich für Wannes gehabt, das Zeug? Ach, dass ich hier oben drüber komme. Ich hab's kapiert. Theoretisch ging hier das gar nicht, aber ich glaube die Schwerkraft zieht mich von unten an quasi hoch. Unglaubwürdig. Hm. Ja, ich müsste eigentlich nur dort hoch, ne? Und weil, wenn das Ding hier zugezogen wird, ich glaube dann falle ich runter. Oder auch nicht. Also. Hat ja so gepasst, geklappt wie es soll. Die Frage ist nur, wie man jetzt... Ich hab... Klau. Oh Gott. Schön die Pfeiler, wo man hin soll, ne? Ich weiß ja. Oh. 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 Was ist hier? Was ist hier? Ich glaube, das war genauso gedacht. Oh, Ladebalken. Ein Ladebalken. Ja gut, Ladebalken nicht, aber ich meine jetzt in den Laden. Das ist die Situation. Nein, ich habe die Pfeile befolgt, das ist schon richtig so. Nach oben, glaube ich. So genau wie mich immer nicht, das ist ja nicht. Ja, die Frage ist nur, wo hoch, wohin, was man. Der geht nicht bis ganz hoch, ne? Na Gott, der geht auch nicht bis hoch. Geht eigentlich bis ganz hoch. Genau, ne? Wieder hin. Ganz einfach. Man wird jetzt einfach zerquetscht. Okay. Und. Bam. Also wenn mal jetzt da kein Portal gewesen wäre, wo ich dann rausgekonnt hätte, ne? Dann wäre ich zerquetscht gewesen. Halt. Warte mal, hey. Gott, du verwirrt. Weiter, gut, aber doch gar nicht. Hm. Na da hinten, glaube ich. Ja. Jetzt kriegt man auch noch von der, von der, von dort hin zu, zu sehen. Ja. Das Rätsel war jetzt nicht so schwer, ne? Hier dachte ich immer, soll ich ja runter, runter springen oder nicht? da müssen wir noch mal hoch oder sowas. Wäre ja nicht, das nicht das Schöne. Aber, jetzt ist es nämlich das selbe Problem nochmal. Hat es dir auch Spaß gemacht? Als diese Plattform in die Feuergrube hinabblitt und ich sagte, bis bald. Und sie riefen. Oh nein. Und ich dann wieder, wir haben doch nur so getan, als ob. Das war toll. Das war toll. Wie schön. Ist da jemand? Ist da jemand? Okay, ich müsste es glaube ich, es ist jetzt hier nochmal ein paar Mal. Ein Pfeilrichtung dahin. Also eigentlich sagen ja die, Pfeilen doch schon, wo es lang geht. Hier sind sie ganz falsch. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht so spät zum Umkehren. Ich bin nicht böse. Gehen sie einfach wieder zu testen, vielleicht. Ich bin nicht so ein paar Paar Yay- ... ... ... ... ... Was ist das? Au! Nein! So, jetzt aber. Das war etwas tricky, da muss man erstmal hochkommen und dann muss man gucken wo man halt hin muss. Und da muss man halt sozusagen dazu irgendwo hin. So, das ist jetzt hier super richtig. Bin mir nicht zu sicher. Wer sagt hier runter das? Okay. Okay. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh mein Gott. Kommen Sie noch einfach zurück. Ähm. Das ist bestimmt der Tor und da muss ich irgendeine Tür irgendwie steigen. Also, die Pfeil zeigt ja noch gut. Das ist mir nicht so geheuer. So. Den Tor. So, jetzt muss man theoretisch runter. Die Tür geht nicht auf. Wenn ich jetzt schon mal auf. Natürlich in der andere Situation wieder mal. So. Ohhhh. Help. Komm, hier ist nichts mehr zum Helfen. Okay. Boah. Schreckt mich doch nicht so. Ey, das ist so fiese. Was soll das? Fehlfunktion. Wieso? Oh oh. Ohhhh. Okay, mehr war ja nicht auf, ne? Nö. Die Frage war, wie war ging denn das... Ahhhh. Da hoch? Ja wie, verdammt. So. Sie sind kein guter Mensch, das wissen Sie, oder? Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Nö. Hm, jetzt bin ich da hoch. Und und da hoch. So. Ach, das war diese Öffnung. Hm. Ich hätte einfach dort neig können. Ja, ich gehen müssen können. Sehr da. Zieh hin. Plattstärung. Bissl defekt, du kleiner Arm. Zang. Einzigste. Also, geh doch mal weg hier. Verzeihung. Verzeihung, Plotza, lol, hä? Ist ein bissl... komischer. Ah, ne. Doch, da oben. Das war die andere Öffnung. Ah. Das Wind ist... Ah. Komm, da kommt durch. So, da waren es doch die Öffnung. Ja, die Pfeile habe ich übersehen. Nicht. Okay, da hoch. Soll ich jetzt einfach hier raus springen? Okay, also ich jetzt... Ja, vielleicht mache ich doch heute nicht alles durch. Ah, da haben wir doch. Ups, ja. Hoppala. Physik. Na? Also... Geh dort runter. Da war ich dort oben ja schon so ein Ding hab. Falsch quasi von dort oben hier runter wieder. Genau in das selbe Loch. Und durch den Schmerrschwung komm ich dann quasi hier rüber. Das ist eigentlich... Das ist ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück. Oder ich töte sie. Wie schöner. Oder die Dauer. Ich töte sie. Und der ganze Kuchen ist weg. Wie schön. Das ist ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Oh. Knopf gedrückt. Nette, oder? Nicht wahr jetzt hier. Ach man, nur mit da. Kann ich jetzt zeigen, dass es so schwierig ist. Sieh mal besser auf die Seite. Ah. Nicht wahr jetzt, oder? Haha. Von oben kann es nicht kommen. Also man müsste dann irgendwie... Ist es genau hier drin? Das ist doch nicht wahr jetzt hier. Das ist doch nicht wahr jetzt hier. Hä? Oh, dann muss ich da durch... Oh, dann muss ich hier durch? Okay. Ich wollte dieses Auge töten. Ging noch nicht. Wollte nicht. Ein mysteriöses, schwarzes... ...hundes Ding. Soll ich denn jetzt hier durchkommen? Vorher zu sagen. Ach so. Warte, die Tür... Du, dieses kleine Auge... Nein, du musst da. Nein, du schieb. Und da. Nein. Das ist verkehrt. Ja, Pfeil beachten und dann... Okay. Hm. Mach ich irgendwas falsch? Ähm. Ein bisschen schräg oder so? War das so? Wo? Na eh. Schräg. Da. Na, keine Wirkung. Vielleicht ein bisschen höher. Ja. Ja, genau. Die Türke hier andersrum rum auf. Na gut. Diese komischen Rätsel habe ich hier irgendwie... Ja. Und? Nix. Das hat sich nichts getan. Müsste ich verarschen. Das hat sich nichts getan. Müsste ich verarschen. Nix. Vielleicht hier in Richtung. Das ist vielleicht doch... Wenn ich diese... Glassding kaputt machen will, dann müsste ich ja theoretisch ein bisschen... Wo schießt du denn? Da jetzt kann sie schießen. Na ist echt. Das ist doch wunderbar. Jetzt kann man nämlich hier hoch. Hä? Okay. Ich will ja nicht sterben. Deswegen. Und auch nicht bis zum Getno gedreht werden. Aber ich hab blau, ne? Ja was? So. Vielleicht kann ich ja diesen Würfel noch gebrauchen. Nimm ich den einfach mal mit. Ein bisschen Abwasser her. Oh je. Und wieder geladen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier mal so war. So. Bleib. Okay. Da oben. Muss man nicht hin. Okay. Schöner Sumpf. Bin mir nicht sicher. Ich muss mich... Erstmal... Da oben. Ich will runter. Ja. Tschüss. Ich will runter. Ja. Tschüss. Tschüss. Hey. Suche. Ich hasse dich nicht. Schöner Sumpf. Öff jetzt. Hä? Ich hab doch da drüben ein Portal gemacht. Jetzt. Tschüss. Komm ich nämlich auch dorthin. Was ist das? Die Funktion. Ich bin dir nicht böse. Was soll das? Was soll das? Mach ich aber ne kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns später. Tschüss.